Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte auch erst einmal Frau Hesse herzlich willkommen heißen und ich freue mich auch auf die Zusammenarbeit und hoffe immer wieder, dass Ihre Erfahrungen von der kommunalen Ebene uns hier bei Gesetzgebungsverfahren begleiten, Sie sich Ihre kritische Meinung erhalten und auch weiterhin gut Nein sagen können, weil das, kennen Sie mich, da werde ich natürlich immer wieder nachfragen. Ich komme jetzt zum Gesetzentwurf und möchte mich eher auf das ÖGDG einschießen, sage ich jetzt mal. Das ÖGDG ist ein Gesetz aus dem Jahre 1994 und damals war sehr vieles im Aufbau, so sieht das Gesetz auch aus. Es ist ein Sammelsurium, sage ich mal, aus sehr unterschiedlichen Bereichen. Und wenn wir uns jetzt die J1-Untersuchung vor Augen führen, die wieder einen eher ordnungspolitischen Ansatz hat, dann frage ich mich, warum das ÖGDG noch nicht mal den Kinderschutz, das Kinderschutzgesetz bis heute beachtet. Weil da geht es darum, Strukturen zwischen Jugendamt und Gesundheitsamt zu fokussieren, zu standardisieren und dort organisatorische Prinzipien umzusetzen. Und das ist, glaube ich, so die Herausforderung nach einer Kreisgebietsreform, wo nämlich die Gesundheitsämter noch mal einen größeren Radius zu bewerkstelligen haben. Wir wissen, egal wo ich jetzt im Land wohne, die Qualität ist nicht gleich. Und von daher finde ich, es nur auf die J1-Untersuchung zu reduzieren, zu verkürzt. Ich hoffe, dass wir mit der Anhörung, die wir im Sozialausschuss haben, eben die kommenden gesundheitspolitischen Herausforderungen noch mal von den Anzuhörenden hören. Und dass wir dann auch als Sozialausschuss zu der Erkenntnis kommen, dass bestimmte Ansätze vielleicht 1994 gut gemeint waren, aber heute nicht mehr gang und gäbe sind und auch möglicherweise nicht mehr zum Alltag gehören. Ich weiß nicht, wer das Gesetz kennt. Ich möchte einen Punkt doch benennen. Es ist zum Beispiel immer noch die Frage der genetischen Beratung da drin. Wir reden alle über Inklusion. Als ich mich dann näher mit diesem Gesetz befasst habe, habe ich gedacht, das kann nicht sein. Es können nicht solche Dinge noch in einem öffentlichen Gesundheitsgesetz stehen, die meines Erachtens nach hinten gewandt sind und nicht den Beratungsaufgaben der jetzigen Zeit und der Zukunft gerecht werden. Also ich habe die Hoffnung und eben auch die Aufforderung an die neue Ministerin, hier den Mut zu haben, sich dieses Gesetzes anzunehmen. Das ist ein harter Brocken. Natürlich, ich kann für unsere Fraktion sagen, dass wir diesen Prozess offen begleiten. Und natürlich hoffe ich, dass diese Debatte, die wir im September hier hatten, als am Mittwoch das ÖGDG hier eingebracht wurde in erster Lesung und am Freitag dann die zweite Lesung war. Und wir, als, ich sage mal, Newcomer nicht mal eine Möglichkeit hatten, über die U3 bis U9 Untersuchungen zu diskutieren. Nämlich, was heißt das, wenn das Lagos da drin sitzt? Was heißt es, wenn das Jugendamt auffordert, Eltern hin, nochmal zu dieser Untersuchung zu bringen? Was heißt es jetzt auch mit der J1, wenn es beispielsweise fast zeitgleich, wie ich hörte, eben Schuluntersuchungen gibt? Also was soll dabei rauskommen? Ich denke schon, dass Kinder- und Jugendgesundheit unser aller Ziel ist, es vorwärts zu bringen. Aber gleichzeitig muss es für uns eine Aufgabe sein, die Gesundheitsämter vor Ort zu stärken und eben eine relative gleichwertige Versorgung in Stadt und Land vorzuhalten. Ich hoffe auf eine rege Debatte, nicht nur bei der Anhörung, sondern dann nachher auch bei der Positionsfindung. Und ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Und ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.